Da-da-da-dam-dam-dam-dam Vielleicht ist das sogar schon ein zu hoch. Wir müssen aber erst die Dächer hier drauf machen. Damit ich dann auch weiß, ob das richtig zur Geltung kommt, was ich da baue. Machen wir das mal so. Wird das absichtlich ein tiefer? Nein, das war jetzt keine Absicht. Und zwar... Das muss so... Das muss so... So. Dann kommen wir hier nämlich rum. Und da sind wir dann zu hoch. Also müssen wir das hier wegnehmen. Mit die Schaufel. So. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Musik kommt mit den Sims. Weiß auch nicht warum, aber irgendwie klingt das nach Sims. Ah, toll. Guck mal rein hier. Lalalala, lalalala. So. Bumm, 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 bumm. Hier brauchen wir die dann wieder. Das ist dann die Höhe. 1, 2. 1, 2. Schlafen gehen, schlafen gehen, schlafen Zeit. Es wird Zeit zum Schlafen. Denn da wollen wir was machen. So. Ach, nun schon wieder ein Creeper. Hey, Fischauge. Guck mal her. Ojo. Mach du mal. Ja, wenn du im Wasser bist, ist mir das egal. Halt, voll. Was für einen. Frosch. Lalalalala. Ja, ja, ja. Jetzt muss das auf der anderen Seite auch noch. Guck. 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 Alles so richtig. Ähm. So. So. Das ist sogar die selbe Höhe. Die selbe Höhe wie die da. Das ist ja die Höhe. Na. Na. Nö. So. So. Dann gehen wir hier nochmal nach außen ein. Gucken wir hier rumkommen. So. Da haben wir das schon. Ja genau, Erde. Hauptsache, das stimmt. Ich glaube, wir müssen die Erde mal da wegghen. Weil ich das sonst wenig rüberkomme. Super. Super. Bitte, 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 Genau, genau. Schön alle runterfallen. Hm, 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 hm. Toll! Ganz toll! Immer die Wolle weg! Erde, 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 Erde... Aua! Erde! So! Mhm, 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 mhm... Das machen wir eben auf der anderen Seite auch noch. Dann mache ich eine kleine Aufnahmepause. Lalalalalalalala... So, machen wir da hin hin, da hin hin, ein, zwei... Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei... Brauchen wir denn zum Glück nicht so viel Gerüst? Na? Eins, zwei, drei... Wo ist die Erde? Da ist die Erde! Wo ist die Erde? Da ist die Erde! Ah, ja, war ja klar! Das war ja klar! Eins, zwei, drei, vier... Fünf... So... So... Und dann kommt der ganze... Schmock da weg! Dann können wir uns das doch mal von unten... Eingucken! Lalalalalalalalalala... Schmock! Schmock! Oh! Unsere Erde! Die nehmen wir natürlich mit! Dam-da-dam! Hm? Hm... Ja, sieht gut aus! Und dann machen wir das... Mit dem hellen Holz... Machen wir dann die Spitzen... Und hier auch... Ja, ich glaube, das sieht gut aus! Das könnte gut aussehen! Geben wir falls reißen wir... Wenn's scheiße aussieht! Aber so weit... Sind wir noch nicht! Gut! Dann würde ich sagen... An dieser Stelle... Sage ich Dankeschön... Fürs Zugucken! Ihr wisst ja... Welche Knöpfe ihr drücken könnt... Für gut oder schlecht! Bisschen Feedback! Kommentare! Macht was ihr... Unter dem Video, was ihr wollt! Tut ihr ja sowieso! Weil auf mich hört ja keiner! Äh... Äh... Ja... Gut! Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende! Schöne Woche! Schöne Ferien! Was auch immer gerade ist! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Minecraft Survival! Mit Trevia! Bis dennne! Ciao! Hallo! Und herzlich willkommen zurück zu... Minecraft! Wenn das heute bzw. in den nächsten Folgen ein bisschen... ...meckwürdig klingt... Ähm... Ist Folgendes passiert... Ich habe aufgenommen! 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 Und dachte mir so... Ja gut! Jetzt bist du fertig! Und abgesehen! Aber scheiße! Ich habe es vergessen! Outer City zu starten! Und werde ich meine Stimme aufnehmen! Hooray! Ja! Und damit... Ist das denn passiert! Gut! Muss ich jetzt bekleben! Werde ich jetzt ein bisschen... Erzählen! Aber als erstes werden wir hier den Baum entpflanzen! Nur wohin? Ähm... Ich schätze mal... Da! Da! Wunderschön! Alles gut! Und dann... Werden wir heute... Werden wir ein bisschen an dem Dach weiterfummeln! Aber vorher müssen wir ein paar Sachen loswerden! Wie hier das komische Kaninchen und... Das stinkt schon ein bisschen! Hähnchen stinkt auch! Äpfel! Weg damit! Kommt der ganze... Stonsens da rein! Ja! Brauchen wir auch nicht! Oder brauchen wir doch! Ne! Brauchen wir nicht! Seeds! Packen wir woanders rein! Ja! Die nehmen wir nochmal mit! Die können wir unten reinpacken! Und das Gantpulver! Packen wir auch hier rein! So! Wie gesagt! Wir werden heute... Das Dach bauen! Schnupp! Und... Ich würde jetzt sagen... Ich habe da schon mal was vorbereitet, aber... Nö... Nicht so wirklich! Aber ich habe mir Gedanken gemacht, wie das Dach letztendlich aussehen soll! Außerdem wollte ich den Eichi-Tisch mal bauen! Allerdings fällt mir gerade nicht ein... Nö... Wie der Eichi-Tisch geht! Wann wein' das noch? Oh! Zombie! Zombie! Hallo! Ja, ich... Ende nur in die Warzen bin gleich wieder weg! Kannst dann weiter schlafen! Ja, ja! Mann, ist so ein Stress! Ich wohne auch hier! So! Guck mal, dass wir hier drin... Nö... Nur Pilze! Hier? Nö... Auch nur Pilze! Ich warte noch auf den Moment, wo dann... Creeper in der Städte Bumm macht! Naja... Ja, wie gesagt, mit dem Eichi-Tisch muss ich mal schauen! Da weiß ich nämlich nicht, wie der gebaut wird! Aber wir können hier auch mal eben was anderes bauen! Dafür brauchen wir Eisenblöcke! Drei Stück! Eins... Zwei, drei! Genau! Und dann... Eisenbarren! Die so angeordnet sind! Und dann haben wir einen... Amboss! Und den packen wir... Ähm... Joa... Packen wir den... Packen wir da hin! Ja! So gut aus! Das restliche Eisen... Packen wir dann... Weg! Nein! Nein! Ja! Gut, dann gehe ich erstmal ins Bettchen! Schlaf ja... Razzipurritipurritipu! Saba Saba. Und dann... Wie gesagt, machen wir heute so in den nächsten Folgen ein bisschen am Dach weiter. Vielleicht fällt mir dann zwischendurch hier ein, wenn man den Eichhietisch noch baut. Ich glaube, man braucht diese komische Lornrute dafür, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ob man aus der Lornrute einfach nur so einen Staub machen muss. Ach, keine Ahnung. Mal schauen, wie ich hier hochkomme. Ich habe hier komisch hochgebaut. So. Aber erstmal müssen wir hier was abreißen, weil so wie das jetzt ist, wollen wir es nicht haben. Wir brauchen dafür ein paar Schlepps. Schleppdi Schlepps Schlepps. Dann bleibt der da, der bleibt auch da, die kommt weg, da kommt da ein Schlepp hin, der kommt weg, na toll, fall doch alle runter, der kommt erst mal in die Erde rein, dann machen wir da, so. So, wie haben wir das jetzt gemacht, den ersten weg, der erste ist hier, äh, wo ist denn hier der erste, das ist der zweite, äh, achso, das kommt, ach, das sieht so komisch aus der Perspektive aus, weil da unten noch einer ist, so, das ist der erste, der zweite, der kommt weg, der kommt weg, dann machen wir da ein Schlepp hin, da wieder eine Erde rein, eine Treppe hin, wieder ein Schlepp hin, und da kommt noch eine Treppe hin, genau. Dann können wir hier die Erde wegnehmen, natürlich das Holz auch, und den lassen wir mal da, dann nehmen wir hier auch die Erde weg, da die Erde weg, und natürlich hier auch der Holz, ja, wie gesagt, ich hab da mal ein bisschen rumprobiert mit dem Dach, mal schauen, ob ich das ungefähr so hinkriege, wie ich das probiert hab, aber erst mal ganz kurz schauen, ob das jetzt besser aussieht, außer dann brauchen wir noch die Teile, die runtergefallen sind. Und zwar dadurch, dass das jetzt so ist, sieht das ein bisschen flacher aus, nicht mehr so hoch. Das kann man halt mit den Slips und mit den Treppen ganz gut machen, aber dann müssen wir auch noch die Treppen, die ja rechts und links sind, ein bisschen runterziehen. Weil das sonst so zusammengewürfelt, eingeengt aussieht. So, nehmen wir hier mal nochmal die Erde weg, und zwar, wie fangen wir an? Jo, das ist immer das größte Problem, wie fängt man an? Fangen wir erstmal mit der, in Anführungsstrichen, Terrasse an. Dann nehmen wir hier die Mitte, ein, zwei, ein, zwei, und nochmal, ein, zwei. Ah ja, das ganze Let's Play heute, besteht aus ein, zwei. Da wieder, und noch einmal. So, ähm, dann kommen die da, Moment, da kommt einer hin, genau. Und auf der Seite kommen auch nochmal drei. Da kommen zwei, und auf einer Seite auch zwei. Aber das war's noch nicht. Nein, da kommt nochmal zwei hin. Und zwar, wie war das? Glaube ich hier. Ja, hier auch. Und da kommen dann Treppen ran. Treppe, Treppe, Treppe. Und auf der anderen Seite auch. Treppe, Treppe. Oh, ich hab keine Treppen mehr. Aber ja, klar. Erstmal ein paar Treppen machen. Wie viele brauchen wir. Ach komm, 20 Stück, muss lang. So, äh, zwei. Dann kommen hier noch ganz normale dran. Dann vorne dran die Treppen. Äh, ach, so nicht. Kommt weg. So. Bis zum nächsten Mal.